ja hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren folge landwirtschaftsmonitor 15 hier auf dem jägerhof ja wir haben ja damit aufgehört die felder zu düngen und wollten jetzt anfangen zu säen damit werden wir jetzt auch als erstes starten das heißt wir werden mal wieder unser gps-mod heraus kramen nein nicht mit versatz können so sieht das ganze gut aus schmeißen wir mal an die kiste so dieses nervige hat ausmachen soll nach der breite kommen müssen wir etwas schmaler machen so so der erste ist drin und das geben ja wie gesagt ich habe jetzt an den einstellungen für das rendering ein bisschen umgearbeitet und sowas ich hoffe dass jetzt die qualität besser wird ab diesem video also ich habe jetzt ein bisschen probiert und hin und her gearbeitet und 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 wenn youtube mir das nicht völlig zerballert beim upload also wenn sie mir da nicht zu viel rumfuchtet mit ihren eigenen codierungen was ich nicht hoffe denn ich habe mich eigentlich so nach den youtube richtlinien gehalten ja sollte das ganze jetzt auch in sehr sehr guter qualität hoffe ich auf youtube dann auch bis 4k hoch zu sehen sein wäre cool wenn ihr mir das mal wenn ihr mir unter die kommentare schreiben könntet also wenn ihr das video seht und ihr jetzt kein 4k monitor hat weil wie gesagt 4k das kann ich selber hinterher nachgucken für mich ist eher wichtig wie es aussieht mit full hd also 1080p oder 720p könnt ihr das in einer vernünftigen qualität sehen oder ist das dann extrem verpixelt oder wie sieht es bei euch da aus weil ich selber kann das nicht mehr richtig testen dadurch dass der 4k monitor halt dran ist sieht bei mir sowieso auch full hd verpixelt aus deswegen wäre es ganz cool wenn ihr mir mal unter die kommentare klabüseln würdet ob die qualität in full hd also 1080p oder 720p je nachdem was ihr gucken könnt da verzichtet schon wenn wir dann darüber da ist weg noch mal ein dick kleiner machen stehen bleiben so sollte das hoffe ich wieder hinhauen wenn ich muss man mal ein bisschen nach korrigieren oder wir lassen es dann halt stehen ist jetzt nicht so wild wenn da jetzt ein bisschen umnüppelt nee aber wäre halt cool wenn ihr mir das unter die kommentare schreiben würde wie das bei euch dann auf full hd aussieht wie gesagt für mich sieht das dann alles sowieso etwas pixel nicht aus 4k auflösung und full hd auflösung mögen sich nicht aber wie gesagt ich habe jetzt viel mit renderprogramm rumgespielt und auch mit aufnahmetools fraps und aktuell das was ich für diese aufnahme jetzt benutze ist die shadow play funktion von nvidia selber die eigentlich auch sehr gute videos macht die kann dann auch einiges also zumindest interessant also ich kann mit fraps hier nicht full hd aufnehmen also so weit ich hier an fraps und landwirtschaft simulator gehe brechen meine frames so was von ein das nicht mehr feierlich ich habe auch keine ahnung woran das liegt die grafikkarte müsste es theoretisch packen denke ich zumindest aber es ist halt einfach einfach seltsam soweit ich schreibst zum beispiel anschmeißen sprechen meine frames halt irgendwie auf zehn frames oder sowas runter ein auf 4k also beziehungsweise auf youtube 4k also richtig full 4k kann auch landwirtschaft simulator nicht shadow play hingegen also ihr seht das läuft komplett flüssig ich habe keine ruckla nichts was irgendwie ein bisschen in perspektive fahren was hier irgendwie frames brechen lässt also wirklich gar nichts es ist daher etwas seltsam ich weiß dass fraps ja anders arbeitet als shadow play greift ja das bildmaterial ab was auf eurem monitor ist oder angezeigt wird und shadow play also für diejenigen die nvidia karte unter euch haben shadow play fungiert da etwas anders denn shadow play greift direkt die daten an der grafikkarte ab anstatt am monitor was auch dazu führt dass aufnahmen Prozent wesentlich besser möglich sind jetzt muss man eben kurz unterbrechen und denn wir müssen immer eben zwei bahn nach oben machen denn sonst kommen uns die Bäume dann nämlich in die quere und Prozent abgesehen davon dass die datei größen von shadow play ein bruchteil von dem haben was schützt dahin liefert ich habe mir das mal erklären lassen vielleicht mache ich da mal ein kleines video drüber von im computer laden wo die unterschiede zwischen aufnahmen fraps und aufnahme shadow play liegen beziehungsweise warum die dateien bei shadow play ja kleiner sind als bei fraps weil ihr wisst selber fraps wenn ihr full hd oder diejenigen die vielleicht von euch noch was aufnehmen die unter fraps full hd aufnehmen ihr liegt keine ahnung für 15 minuten video bei knappen 40 gigabyte plus minus irgendwas um die 30 oder so und dieselbe aufnahme mit shadow play frisst dann irgendwie nur 10 vielleicht mache ich da mal ein video sind sowieso schon so ein paar kleine sachen fragen habe ich angetreten hier auch mit der konsole ich zeige die mal eben hier ja nicht wundern die cp manager drawbar aus das ist ein erwart der von kurs play kommt wie man die zum beispiel aufruft viele von euch werden das wissen aber es sind halt auch welche bei dies nicht unbedingt wissen da werde ich dann auch mal klitzklares tutorial zu machen ansonsten ist halt die geschichte mit der unterschied zwischen fraps und shadow play was ich zum beispiel nicht hingekriegt habe vielleicht weiß das jemand von euch ich habe das aufnahme tool dx story habe ich auch jedoch ist es mir damit nicht möglich landwirtschaft simulator aufzunehmen der prozess wird mir nicht angezeigt ich vermute mal dass dx story das Das navi nennt man das jetzt jetzt fällt mir der name nicht ein die engine nicht erkennt also das läuft ja dx oder opengl und ich bin mir halt nicht sicher ob die story das einfach nicht erkennt zum beispiel ich habe es halt getestet bei älteren spielen zum beispiel das roller coaster tycoon was ich ja auch let's play das geht zum beispiel auch nicht wobei dann wiederum diablo 3 zum beispiel da hat er sofort geschrien hier wurde aber man muss mir schlau machen ich habe das tool erst seit zwei tagen oder so und ich habe mich da auch noch gar nicht so richtig reingefuchst ich habe mir so eingeguckt wie man das so ein bisschen einstellt und so aber das war es auch schon wie gesagt kann auch sein dass ich einfach nur zu doof bin oder irgendeinen Punkt nicht gesehen habe oder irgendwas nicht gecheckt habe oder ähnliches um sieh es mir bitte nach ich würde wie gesagt das ist für mich neu wie gesagt so lange wie shadow play mit dem 4k hier so gut klarkommt sich auch kein zwang danach momenten anderes zu benutzen für meine aufnahmen denn auch die ausgabe datei ist fast eins zu eins zu der die hier jetzt gerade auf meinem monitor läuft obwohl sie wirklich da nur irgendwie ich glaube ich komme meine 15 lbs 4k video auf 14 gigabyte das ist das nix das ist total wenig also wie gesagt ich denke mal so gerendert werde ich so um die fünf gigabyte haben damit kann ich leben aber also wie gesagt ich wüsste nicht wie hoch das auf fraps wäre wenn ich mit fraps mit 4k video aufnehmen ich bin mir auch gar nicht so sicher ob fraps diese 4k ohne problem unterstützt ich habe mich da auch gar nicht mit beschäftigt damit hat nur rumexperimentiert experimentiert ne wie gesagt also das wäre schön wenn ihr mir da halt ein bisschen feedback geben könntet ob ihr da auch interesse daran habt dass ich dieses tutorial mit diesem shadow play und fraps unterschied und so mal euch in einem video erkläre ähm ich weiß nicht wie ich das dann gestalten werde ähm denn ähm ja eigentlich ist es äh ich hab ich kann euch da groß ich kann euch zeigen wie shadow play dann funktioniert oder sowas auch wie fraps funktioniert in dem video aber äh nur die unterschiede ich weiß nicht vielleicht dass ich da einfach ein Video wird da unten laufen oder so mal gucken aber wie gesagt äh schauen ob und wie und ob und überhaupt dann gucken wir mal so jetzt habe ich schon wieder fast elf Minuten nicht von LWS gefaselt ähm ja was ist denn auf Mothaus da los äh ich weiß nicht inwieweit ihr da äh äh involviert mit seid oder das mitgekriegt habt irgendwie also alles was im Moment einigermaßen gut ist bin ich ganz ehrlich finden wir nicht bei Mothaus da ich meine klar da sind gute bei ähm aber so die wirklich klassen äh klasse äh Fahrzeuge und sowas äh da findet man auf Mothaus da im Moment nicht viel ich hab da zwar so ein paar Forensachen gelesen so und das äh Modder wohl auch irgendwie nicht ganz so zufrieden damit sind ähm ähm ich weiß ja nicht vielleicht habt ihr auch was darüber gehört oder so aber im Moment ist halt das ne also wenn wir jetzt zum Beispiel ein Fan nehmen abgesehen davon dass er im Stand rutscht dieser äh Fan ist halt einfach optisch äh ein richtiger Hingucker mal abgesehen vom Rasenmäher Sound ähm sowas findet ihr irgendwie gar nicht auf Mothaus da ja ich glaube der hier ist irgendwie Modscheude oder so genau und ähm ähm ich weiß nicht was da los ist also vielleicht wenn da einer noch Infos hat oder vielleicht auch einer von euch sogar moddet ich weiß ja nicht ähm vielleicht äh könnt ihr mir da mal irgendwie also natürlich nur wenn ihr euch da nicht irgendwie dann auf den Schlips tretet oder sowas ähm ähm mal irgendwie so ein paar Infos zukommen lassen oder sowas warum und wieso äh so viele gute Mods äh im Moment auch gar nicht auf Mod Hoster erscheinen also ne der Fan dann ist halt Modscheune eigen und äh viel liegt dann auf Qualitätsmods und äh äh NS-Portal zum Beispiel ist im Moment auch extrem gut im Kommen also da ist auch was die ähm was die Video äh was die Videos ne was die Mods angeht da sind äh echt klasse Mods bei die werden aber auf Mod Hoster zum Beispiel gar nicht publiziert ich äh wie gesagt ich weiß nicht ob es da irgendwie im Moment Unstimmigkeiten gibt oder so also falls ihr da mal irgendwie was wisst oder schon mal was gehört habt oder so lasst es mich mal gerne wissen ähm es würde mich einfach mal informell nur interessieren äh zur Not wenn ihr das nicht irgendwie in die Kommentare pflaster wollt äh nicht wundern warum ich das jetzt hier so komisch fahre aber mit diesem komischen Knick hier hinten äh äh da kann ich mit dem GPS Mod nicht so gut ähm ähm machen wollt ihr könnt das auch gerne irgendwie bei uns bei Facebook oder so mal schreiben oder sowas in der privaten Nachricht oder so also wie gesagt äh selbst wenn ich mich dann mal äh äh in einem Stream oder beziehungsweise in einem in einem Let's Play drüber unterhalte hier mit euch oder so oder euch das mal erzähle äh äh Namen äh werden natürlich nicht genannt äh 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 wäre mal ganz interessant weil das ist auch so der Punkt warum im Moment so die Mod Verstellungen so ein bisschen ja ja liegen bleiben bei mir denn ähm also ja es sind ein paar gute Sachen dabei und und aber also pfff weiß ich nicht das ist es hat irgendwie abgenommen es ist irgendwie eine ganze Ecke weniger geworden habe ich so das Gefühl mal kurz an dass ich mich vielleicht täusche oder so aber äh irgendwie äh äh irgendwie jetzt muss ich hier mal irgendwie um die Kurve kommen aber irgendwie ist das was wirklich gut ist und bei Motos da so ein bisschen untergegangen aber mal gucken hier die Bahn mal eben hier ziehen so stellen wir schon mal ein mal hier dieses rutschen zum Beispiel wobei jetzt hier rutscht da etwas mehr weil auch für schräge steht aber echt rutscht leider im Stand und oder zum Beispiel wo ladet ihr eure Mods runter könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben ich meine die meisten werden es über Motos da machen aber im Moment ist da so ein bisschen mau an sehr guten oder an wirklich qualitativ hochwertigen Motos so ja sind wir da ganz gut durchgekommen irgendwie schaffen wir hier jetzt so ein Feld und ein bisschen was vom zweiten und wie gesagt ich hoffe dass das jetzt in der Qualität hier wesentlich besser wird mal gucken wie lange ich rendern darf an der Qualität ich vermute mal so drei bis vier Stunden für eine Folge könnte ungefähr hinhauen bin ich mal gespannt ja nichtsdestotrotz kommen wir so ganz ganz langsam zum Ende dieser Folge haben wir noch ein bisschen was geschafft ich habe jetzt viel anderes gefaselt als über Landwirtschaftssimulator ich hoffe das ist nicht schlimm denke mal das sind auch vielleicht Infos die euch so ein bisschen noch interessieren was hier bei mir auch so ein bisschen ansteht und was bei mir so gemacht wird und wie das alles so im Hintergrund ein bisschen abläuft ich glaube ich habe es schon mal in anderen Videos gesagt manche wissen das gar nicht so was da an Arbeit hinter liegt und dass das wirklich Stunden in Anspruch nimmt und sowas ja ich bedanke mich fürs zuschauen ich hoffe ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei hier auf dem Jägerhof und ja sagt dann mal bis denn Janine zu ja ja eine